Musik Seid ihr bereit für eine Weltreise? Na dann kommt mit! Wir starten im Kirchgarten der katholischen Kirchengemeinde Gau-Algesheim, genauer gesagt in unserem Weltladen. Ich bin Katrin Hassemer und begleite euch seitens unseres etwa 20-köpfigen Weltladenteams bei dieser Reise. Weltladen, anders als andere, das ist unser Slogan. Fair-Änderung ist unser Geschäft. Wir machen fairen Handel erlebbar, indem wir Brücken bauen. Brücken zu Menschen in ganz vielen verschiedenen Ländern dieser Erde. Menschen, die vielfältige Produkte herstellen. Sei es Tee, Kaffee, Gewürze und eine Menge Kunsthandwerk. Wir geben diesen Menschen ein Gesicht, zum Beispiel dieser Kakaoproduzentin. Fairer Handel bewirkt, dass genau diese Produzentinnen und Produzenten in Entwicklungsländern von ihrer Arbeit angemessen leben können. In unserer Kirchengemeinde spielt fairer Handel schon sehr lange eine sehr große Rolle. Bereits am 26. Oktober 1986 wurde seitens des Missionskreises St. Rita dieser Weltladen gegründet. Der damalige Pfarrer Dr. Ludwig Hellriegel war da auch ein Vorreiter und großer Unterstützer. Seitdem ist es selbstverständlich, dass wir Produkte in unserer Kirchengemeinde anbieten, bei Festen auch verzehren. Dieses Gewachsen über den Weltladen und über die Kirche hinaus. Auch in der Stadt, Vereine beziehen von uns vielfältige Produkte. Zum Beispiel ist es mittlerweile Tradition, in der Vorweihnachtszeit fair gehandelte Nikolase über uns zu beziehen und auch in den Kindertagesstätten zu vertreiben. Wir suchen dich für Veränderung, wenn du Zeit und Lust hast, auch bei uns mitzuwirken. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten gibt es bei uns. Ob im Einkauf, im Verkauf, im Auszeichnen der Ware, in der Schaufenstergestaltung. Du musst kein Experte sein, aber bist ganz herzlich willkommen in unserem sehr bunten Team. Was hat mich immer getrieben? Ein afrikanisches Sprichwort begleitet mich schon seit ich jung bin und drückt sehr, sehr genau aus, warum ich mich auch hier engagiere. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern.